So, ahoi, meine lieben Sid Kassier. Herzlich willkommen zur nächsten Folge The Long Dark. Ja, ja. So, wir haben jetzt hier diese Straße gefunden. Moment, zeigt der Pfeil uns da an? Dreh mich mal da hin. Oh ja, okay. Oh, das hilft natürlich ungemein weiter. Ja, dann lass uns hier die Straße lang gehen, oder? Oder wollen wir erst mal woanders hingucken? Aber es wird auch bald dunkel. Wir sollten da hinkommen. Oder wir könnten da vielleicht hier ganz kurz, ja, idyllisches Tal, Außengebäude. Vielleicht machen wir da noch einen kleinen Zwischenstopp. Und ansonsten schauen wir, dass wir hier vorwärts kommen. Uns ist nämlich auch gleich furchtbar kalt. Und so langsam wird das Wetter auch wieder schlechter. Das missfällt mir. Achso, wir haben ja ein Brecheisen eingesammelt. Na toll. So, was hast du hier? Einen Schaltknüppel, ein Radio, ein Handschuhfach. Leer. Nicht hinten was drinne? Auch nicht. Gut, dann weiter. Und nimm mal bitte den Rollwein in der Hand. Herzschmerzbrücke. Wird denn sowas jetzt auch... Ah ja, wird eingezeichnet in der Karte. Okay. Herz, Schmerz und dies und das. Was ist denn hier? Oh, shit. Oh, shit. Text lesen. An Wachmann-Grey von regionaler stellvertretender Commissioner Stevens. AW, Schwarzfelsverlegung. Wir haben, äh, haben wir zusätzliche Beamte für die kommende Insassenverlegung abgestellt. Die Straßen und Bedingungen auf Großer Bär sind bekanntermaßen nie gut, aber dieses Jahr offensichtlich noch schlimmer als sonst. Wir müssen sicherstellen, dass wir genügend Hilfe haben, wenn wir sie brauchen. Wie Sie wissen, wird diese Bande es uns nicht leicht machen. Grüße, R. Stevens, stellvertretender Commissioner. Ja? Es ist so kalt. Da hinten ist eine Hütte, da gehen wir mal hin. Was liegt hier rum? Totes Gestrüpp. Nee, lassen wir mal. Okay, der hat sich hier lang geschleppt. Da vorne ist ein Hirsch. Oh, ob das so eine gute Idee ist? Schwarzfeld scheint, als hätte eine Reihe von Unfallüberlebenden aus dem Schwarzwelt-Gefängnis, wo es ins idyllische Tal geschafft. Untersuche, ob dir die Ereignisse in Milden durch die Berge gefolgt sind. Okay, hier ist auch ein scheiß heulender Wolf. Da sind Hirsche. Oh Mann, Entschuldigung. Ach du Scheiße. Okay, eine Notiz eines Straftäters. Dieses Papier trieft schon von meinem Blut. Ich bin als einziger übrig. Diese Feiglinge. Irgendwas hat mich gebissen. War ein Fehler, Mattes zu folgen. Kein Anführer. Ihm ist nicht zu trauen. Nach Hause bringt er dich jedenfalls nicht. Okay. Die haben sich gezankt, oder was? Hier ist erstmal noch ein kaputter Pfeil. Den nehmen wir mit. M auf Karte. Nach da. Ach du Scheiße. Ja, wo gehen wir denn jetzt lang? Links rum, rechts rum? Wer weiß das so genau. Wir nehmen das mal hier. Das holt es noch mit. Ach nee. Hier geht es runter. Komme ich denn jetzt wieder hoch hier? Müssen die Riegel. Leere Dose. Eine sollten wir dabei haben. Oh, Revolverpatrone. Die nehmen wir natürlich mit. Noch eine. Sehr gut. Fackel. Da können wir uns dann Hage-Wuppen-Tee draus kochen. Wie weit sind wir denn? Es wird bald dunkel. Also wir sollten hier zusehen, dass wir ein Quartier finden. Und von daher würde ich also erstmal lieber dorthin, wa? Idyllisches Tal, Außengebäude. Und dann schauen, dass wir da erstmal die Nacht überstehen können. Wie viel Essen haben wir denn jetzt? Na super, wir haben drei Müssl-Riegel. Ja, das hilft schon weiter. Aber kalt ist uns auch schon, ne? So, jetzt sind wir erstmal wieder an der Straße. Wie weit sind wir? Bis da. Auf jeden Fall so ist die Map auf jeden Fall besser, ne? Das hilft uns unheimlich weiter bei der Orientierung. So, hier sind dort das Strohbein aufgeschichtet. Da vorne steht ein Auto. Da gucken wir erstmal. Hä? Wo? Da. Kann ich weglaufen? Da hinten ist noch so ein Scheißwolf. Ich versuche mal hier schnell das Auto zu erreichen. Zack. Hehehe. Uh. Na toll. Geh weg. Da ist ein Kanickel. Du siehst mich gar nicht. Ich bin hier im Auto. Ach du Scheiße. Okay, der hat gerade das Kanickel geholt. Die sind hier überall so ein Kackviecher. Hau ab. Hau ab. Hau ab. Scheiße. Jetzt gehen die Päde auch noch. Die sind genau in die Richtung, in die ich will. Okay. Hm. So. Hau ab da. Okay. Ich gehe mal vorsichtig wieder raus. Haut der wieder ab? Aber sind das da richtige Gebäude? Warte mal. Das ist ungefähr genau die Richtung. Da hinten das? Das könnte eins sein. Verdammt, jetzt kommen die wieder. Scheiße. Alter, guck mal. Eins, zwei, drei. Überall sind Drecksviecher. Hm, was machen wir denn jetzt? Vielleicht in die Richtung. Guck mal, da qualmt doch was. Oh, komm hier, du blöder Hund. Oh, komm hier, du blöder Hund. Rauchst du jetzt ab, ihr? Geh bloß, wo du wohnst. Nee, mir ist schon kalt. Ich habe jetzt keine Zeit, hier noch stundenlang das Fleisch da abzuschneiden. Da hinten sind doch irgendwelche Wolken. Sieht doch aus, als wenn da was brennt. Was tapst du denn hier so? Der blöde Wolf hier. So viele Drecksviecher hier. Das ist voll übertrieben. So, da hinten müssen wir hin, oder? Was ist jetzt los? Gewitter, oder was? Ja. Da bin ich doch hin. Was ist das? Achso. Oh. Jetzt setzt hier bloß die Musik an. Ich dachte, wunderbar, was jetzt... Das sieht hier auch aus, als wenn es da irgendwo hingeht. Oh, ja, das ist auch ein Weg. Haha. Gut. So, die Frage ist bloß, spawnen die Wölfe neu? Kriegt man die irgendwann alle abgeschossen? Und hat dann endlich seine Ruhe? Oder kommen die ständig neu? Erstmal haben wir hier noch ein Auto, das wir uns mal angucken. Na toll, bloß eine Zeitung. Naja, ich meine, besser als nichts, aber... Nicht viel besser als nichts. Boah, schon wieder so ein Jauleviech. Was war das? Das ist eine Krähe, oder? Auf jeden Fall brennt da irgendwas. Und da haben wir eine Hütte, in die wir reingehen können. Das ist schon mal gut. So, und dann gucken wir uns hier erstmal die Autos an. Natürlich haben die alle nichts in ihre Kisten. Untersuche das Gemeindezentrum. Wacht, das war mir, wenn ich mich hier ran stelle? Nicht wirklich, oder? Auch nichts. Na gut, dann gehen wir jetzt hier rein erstmal. So, dann mach das Ding mal weg. Hier hustet wir. Hallo? Brandbeschleuniger, nehmen wir erstmal mit. Ja, los. Da sind Leute. Dann gehen wir natürlich erstmal hier hin. Oh, Gewölbermunition. So, Aktenschrank ist leer. Eine Lupe. Damit kann man bei Tag Feuer machen. Okay, nimm das mal mit. Halt, was habe ich denn jetzt hier? Oh, scheiße. Wie kann ich denn das jetzt lesen? Verdammt, jetzt habe ich das aus Versehen zu schnell geklingelt. Eigentlich wollte ich die Orangenlimo nehmen. Warte mal. Hier vielleicht? Personen, Orte. Ah, idyllisches Teil 2. Idyllisches Tal, meine ich, Sammelgegenstand 2. Parnel war unterwegs, um den Zustand der Straßen für seine nächste Lieferung zu prüfen, als er sah, wie diese wahnsinnigen Baumkuschler an den Schnellstraßenüberführungen in und aus dem Tal herumschlichen. Er war sich nicht sicher, was sie da treiben, aber wir müssen wachsam bleiben. Wer sind denn die Baumkuschler? Wer ist Parnel? Okay. Was ist das hier? Na gut. Hier haben wir noch ein Buch. Und einen Kompass. Das ist, wenn wir drinnen sind, haben wir immer so komische Lichtverhältnisse hier. So, dann gehen wir da mal rein. Ach, Herr Jemini. Okay. Hallo, guter Freund. Hallo. Hm. Oh, ich hab einen Kamin. Oh, den kann ich auch nutzen. Ist das gut. Nimm mal den Kochtopf. Warte mal, hier kannst du jetzt nämlich Wasser machen im Kochtopf auswählen. Und während wir hier sitzen, kann ich mal zwei Liter Wasser schon mal machen. So, das dauert jetzt 54 Minuten, bis das aufgeschmolzen ist. Und in der Zeit können wir uns hier weiter umgucken. Kann man mit ihm hier was reden? Hallo, guter Mann. Hallo. Hallo. Du kommst von der Krasch-Site, wie die anderen? Alle die Kotsen sind gesammelt, aber du kannst du bei der Feuer, warm-up ein bisschen. Krasch-Site? Wie hast du von der... Der Krasch-Site? Du nicht erinnerst? Du bist eine andere Krasch-Site, vielleicht. Ich habe Krasch-Site, aber... ...dienes vorhin. Ich bin weit weg von hier. Nein, nein. Du Krasch-Site, in den Häusern. Der Schöne krasch-Site. Warum hast du gehört über die Blizzer-Site? Du nicht erinnerst? Hör, ich bin sorry. Du musst falsch sein. Ich habe Krasch-Site, aber nicht hier. Oh, natürlich. Also, bitte stehe und warm dich durch das Feuer, bis wir wissen, wo du gehst. Dann fragen wir erst mal danach. Was ist dieses Ort? Das ist die alte Gemeinschaftsruhe in Thompson's Crossing. Wir haben Leute hier gesammelt, als das Wetter zu verletzt wurde. Drei oder... War es vier Tage vor? Okay, dann fragen wir jetzt nach denen auch. So, diese Leute sind alle survivors von einer Krasch-Site? Most von ihnen, ja. Da waren vielleicht ein halbziesch-Site in und über die Stadt-Site, ...wenn die Blizzer-Site zu verletzt wurde. Aber über den letzten Tag oder so, die resten haben die Leute langsam gegeben. Die meisten von der Krasch-Site. Was hat das Krasch-Site? Der Krasch-Site-Airliner, das besser ich kann sagen. Die meisten der Leute, die hierher waren, waren zu schweig, um zu sprechen. Ja, bin ich. Okay. Nein, nicht mehr. Wir müssen die Natur warten. Aber was wird all diese Leute passieren? Ich bin nicht sicher. Wir sind unsere letzte Essen. Wir können die Schnee für Wasser, aber das wird uns nur so weit getrennt. Und dieses Jahr? Es gibt immer noch eine Blizze in der Nähe. Dinge könnten sich anders sein, wenn die Kraft nicht rauskommt. Das Beste, was wir können machen, ist versuchen, diese Leute zu schütten und zu schütten. Und dann sehen wir, was der Herr hat in Ordnung. Du bist nicht verorientiert, aber du bist in viel besseren Formen als die anderen. Vielleicht kannst du uns helfen. Ich bin eine Doktorin. Ich kann einen Blick auf die Überlegungen und sehen, wie sie helfen. mit ihnen. Das klingt wie ein guter Ort, zu beginnen. Wenn du eine Chance auf sie haben, dann komm zurück. Und wir können versuchen, zu finden, was für sie möglich ist. Sehr schön. Speichervorgang. Kapitel 2. Gefallener Stern. Schau nach den Absturz-Opfern im Zentrum. Und hier haben wir noch so eine Art Nebenquist, oder? Warte mal. Das schauen wir uns hier nochmal kurz an. Trauma. Die Mission haben wir abgeschlossen. Molly hat dich von dem sicheren Tod gerettet. Da sie sich in der Region gut auskennt, kann sie vielleicht für dein Überleben sorgen, bis du den Weg nach Ausdauermühle findest. Okay. Also hier haben wir alles erledigt und jetzt geht es damit weiter. Und neben Story haben wir Schwarzwald. Scheint, als hätte eine Reihe von Unfall-Überlebenden aus dem Schwarzwald-Gefängnisbus es ins idyllische Tal geschafft. Untersuche, ob dir die Ereignisse in Mitten durch die Berge gefolgt sind. Ja. Waldflüsterer. Die Waldflüsterer scheinen tief in die lokale Politik und Geschichte des idyllischen Tals verstrickt zu sein. Suche nach weiteren Informationen zu ihrer Aktivität in der Region. Okay. Na gut. Also haben wir dann noch ein bisschen was zu tun. Können wir die jetzt ansprechen hier, oder mit? Erstmal gucken wir schnell noch nach dem Wasser. Noch 39 Minuten, dann kocht es. Dann können wir es runternehmen. Franklin hat noch 77%. Beneth. Oh, Erik geht schlecht. Oh, Dimitri. Dimitri, was ist mit dir? Ja. I'll see if I can help. Ach du Scheiße. Zuckerschock. Den brauche ich Insulin. Oh Gott. Ja, ich habe leider kein Insulin. Fuck. Habe ich denn schon mal jetzt eine Lampe gefunden? Bloß das denn. Chloe? Okay. Und der Kühlung. Okay. Da können wir... Da müssen wir eigentlich nur warten. Beneth. Beneth. Benötigt Zeit und strenge Bettruhe. Concusion. Also die mit Insulin, die müssen wir wirklich... So, Erik, was hast du? Oh. Flüssigkeitsmangel. Mit dem können wir da erstmal Wasser geben. Wie sieht es aus jetzt? 20 Minuten noch. Franklin. Flüssigkeitsmangel. Okay, da... Sunny. Stört's das Spiel wieder ständig ab, wa? So, Winston. Oh, Winston hat auch eine Unterkühlung. Benötigt Zeit. Alles gut. Wie, das war's jetzt hier schon wieder? Können wir denn hier noch rüber? Das ist aber auch dunkel wieder. Äh, ich guck mal. Vielleicht habt ihr ja Insulin hier? Nee. Okay, das nehme ich natürlich gerne mit. Vorratsschrank. Stoff, Stoff. Ich nehme es. Ja. So, hier sehen wir sonst erstmal gar nichts. Hier ist noch ein... Schrank. Hä? Da. Dosenöffner. Kochtopf. Warte mal, ein Kochtopf. Ach so, den habe ich ja da schon am stehen. Hier ist noch ein Verband. Noch ein Verband. So, was macht unsere Suppe hier? Äh, unser Wasser kocht jetzt schon, ne? So, und jetzt müssen wir es nämlich auch wieder runternehmen. Wenn wir es jetzt nämlich in der Zeit hier nicht runternehmen, dann ist es wieder weg. Quasi verdorben. So, den Kochtopf können wir da stehen lassen. Wir haben uns ja einen neuen, äh, hergestellt. Äh, gefunden, meine ich. So, okay, los. Dann lass uns hier noch schnell was essen. Dann lass uns mal noch schnell was trinken. So, jetzt muss ich hier nochmal einmal speichern. Das geht am besten, indem ich kurz rausgehe, oder? Wenn ich rausgehe, wird doch nicht speichert. Gucken wir mal kurz. Speichert der jetzt, oder nicht? Das war kein Speichersymbol. Hier ist eine Laterne. Die kann ich auch nicht mitnehmen. Dann gehen wir auch noch eh mal rum. Oh, hier haben wir noch einen Hintereingang. Aber die Tür ist verschlossen. Okay. Da war das nicht so, wenn denn... Wenn der Raum verlässt. Na gut, wir werden sehen. Äh, ich riskiere es jetzt einfach mal. Auf jeden Fall, äh, äh, beende ich jetzt die Folge. Bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Und hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ahoi und ciao, ciao. Bis dahin, wir hören. Bis dahin, wir hören uns zum Ende mal. Ja, ich gesehen habe, das reicht nur umnistisch. Und nach oben sehen emerge schon mal. Vielen Dank.